Eine weitere sogenannte grüne Energie stellt die Wasserkraft dar. Werfen wir nun einen kurzen Blick darauf, wie diese unsere Umwelt weiterhin beeinflusst und auch die Tierwelt weiter schädigt. Da dieses Thema recht umfangreich ist, fokussiere ich mich im ersten Teil nur auf die Struktur in den Binnengewässern. Bei den großen Bauprojekten von Staudämmen in der Vergangenheit kam es durch die Überflutung von Tälern häufig zu Zwangsumsiedlungen. Dabei wurden ganze Dörfer oder sogar Gemeinden komplett umgesiedelt. In der Agrarwirtschaft gingen dadurch auch wichtige Schwemmlandebenen verloren. Denn auch flussabwärts haben Staudämme eine große Auswirkung auf die Umwelt. So liegt beispielsweise die Flussmenge an den Niagarafällen nur noch bei 25% ihrer ursprünglichen Leistung. Auch sind die Auswirkungen auf den Fischbestand nicht zu unterschätzen. So zeigt sich beispielsweise nach dem Bau des Kariberstaudamms am Sambesi ein Verschwinden von 27 Fischarten, die regelmäßig im Flusssystem migriert sind. Dies entspricht etwa einem Drittel der gesamten im Flusssystem vorkommenden Fischarten. Sicherlich lassen sich solche Projekte wie beispielsweise der Hooverdamm oder der Kariberstaudamm in Deutschland nur schlecht realisieren. Doch auch kleinere Projekte beeinflussen unsere Tierwelt sehr massiv. Betrachten wir uns hierzu das Wasserkraftwerk in der Nähe von Pferden an der Wesermündung. Verschiedene Berufsfischerverbände und Sportfischervereine entlang der Leine und der Aller versuchen seit nunmehr etlichen Jahren, wieder eine stabile Lachspopulation in diesen Flüssen anzusiedeln. Der Lachs gehört neben dem Aal wohl zu den bekanntesten Wanderfischen überhaupt. Während der europäische Flussaal zum Laichen in die Sargasso-See abwandert, um als Glasaal zurückzukommen und entsprechend in Binnengewässern zu leben, leicht der Lachs im Süßwasser und zieht sich mit zunehmendem Alter bis zur Geschlechtsreife in die Nordsee, den Atlantik und die Ostsee zurück. Dieselbe Wanderung unternimmt auch die Meerforelle, auch diese leicht entsprechend in den kleinen Flusssystemen. Ein wenig bekannter Vertreter unter den Wanderfischen ist die Quappe. Sie ist der einzige dorschartige Vertreter, den wir im Süßwasser finden. Die Quappe lebt in den großen Strömen Deutschlands und wandert zur Laichzeit in kleinere Flüsse ab. Alle genannten Vertreter sind in ihrem Bestand aus verschiedenen Gründen bedroht oder gefährdet. Sicherlich spielt hier die Überfischung eine große Rolle, neben dem Verlust des Habitats. Allerdings muss man auch sagen, dass die Reproduktion durch solche grünen Energien wie Wasserkraft durchaus unterbunden wird. Auch das Strömungsverhalten von Flüssen spielt bei der Orientierung der Fische zu ihren Laichplätzen bzw. von ihren Laichplätzen eine Rolle. Dies zeigt sich gerade in der Bedeutung von Fischbrücken zur Umgehung von Staustufen. Viele Fischbrücken sind vereitet und dienen den Fischen nicht als Hilfe zum Übersteigen der Hindernisse. Bei den Lachsen und Meerforellen gelangen beispielsweise viele Jungfische nicht ins Meer, sondern enden in den Turbinen bzw. adulte Exemplare kommen nicht zu ihren Laichplätzen. Während Strom auf, das Wasser gestaut wird, kommt natürlich entsprechend Strom ab, auch weniger Wasser an. Das heißt, die Pegel in diesem Bereich fallen durch die Regulation. So verschwinden hier beispielsweise Uferpflanzen und wichtige Brutplätze für verschiedene Wirbeltiere. Auch kleinere Schwemmtümpel werden dadurch nicht mehr regelmäßig gefüllt. Diese wären beispielsweise Lebensraum für verschiedene Amphibien. Wenn gleich Staudämme und Talsperren durchaus im Hochwasserschutz sinnvoll eingesetzt werden als Puffer, ermöglichen sie dahinter jedoch folgendes. Durch die tieferen Pegelstände hinter den Anlagen können Nutria, Visam, Wanderratte ihre Dämme näher ans Ufer bauen. Dadurch ist eine viel tiefere Unterspülung bei steigendem Pegel, beispielsweise durch Schleusenöffnung, möglich. Achtung Untertitelung